Also meine Frage hat jetzt nicht so direkt was mit Corona zu tun, denn ich wollte wissen, was Sie so als Landtagsabgeordnete machen und was da so Ihre Aufgaben sind. Also ich bin, ich kümmere mich darum sozusagen auf der einen Seite, ob die Regierung sozusagen ihre Arbeit gut macht, das ist die Kontrollfunktion, die man im Parlament hat, also dass man Fragen stellt, was weiß ich, habt ihr euch darum gekümmert, dass es jetzt Schutzmasken in Schulen gibt oder und wenn ja, warum nicht? Und also so ein bisschen investigativ quasi und dann machen wir aber auch Vorschläge, was man in der Politik besser machen könnte. Also da stellt man dann Anträge, zum Beispiel sagen wir mal, ich finde jetzt, bin der Meinung, dass Schule immer erst um neun anfangen sollte, weil alle so müde sind morgens. Und dann würde ich einen Antrag stellen, dass das Schulgesetz geändert wird, dass Schule erst um neun anfangen darf. Und diesen Antrag, den muss ich dann in meiner eigenen Fraktion, das sind alle Grünen sozusagen im Parlament, eine Mehrheit bekommen. Dann muss ich, gibt es gemeinsame Arbeitskreise mit der Koalition, also mit CDU und FDP, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann muss, den stelle ich dann auch meinen Antrag vor und dann beraten wir das. Und dann geht das in den Landtag, der findet einmal im Monat statt, drei Tage lang, das Plenum, das sogenannte. Und dann wird es in den Ausschüssen beraten, die tagen je nach Thema einmal, zweimal im Monat. Und da werden dann Expertinnen eingeholt, da würde man dann Eltern und Kinderärzte und Schüler einladen zu einer Befragung. Und die würden dann sagen, was sie von diesem Antrag halten. Und am Ende wird er dann beschlossen. Und das bedeutet, ich habe eben sehr viele Sitzungen, wo ich mich mit anderen Leuten berate. Und sehr viel eben auch Sitzungen mit Menschen aus der Bevölkerung, mit Elternvertretern oder mit Unternehmen oder solche Sachen. Und das ist sozusagen mein Arbeitsalltag. Sitzungen, Gespräche führen und viel lesen. Ich kriege natürlich auch viele Mails von Leuten, die mir schreiben und sagen, warum kriege ich kein Geld für eine Photovoltaikanlage? Und dann muss ich überlegen, ja, wo gibt es irgendwelche Fördertöpfe? Und das beantworten. So kann man das so ungefähr sagen. Also ich mache ja viel mit Kita und Jugend, aber das macht jeder für sein Thema, ist es immer gleich. Man überlegt sich Initiativen, man versucht dafür Mehrheiten zu kriegen und das findet alles statt in Sitzungen. Normalerweise werde ich morgens hier abgeholt. Ich bin als Fraktionsvorsitzender, habe ich einen Fahrer und ein Dienstauto. Und der holt mich normalerweise hier morgens ab und bringt mich ungefähr abends um zehn nach Hause. Und dann fahre ich nach Kiel und habe dann meine ganzen Sitzungen. Und abends habe ich dann in Nordfriesland oder in Hübeck oder in irgendwas so eine Veranstaltung mit Bürgerinnen oder mit Grünen. Jeden Tag? Jeden Tag, auch am Wochenende oft. Und jetzt in digitalen Zeiten sitze ich halt hier und habe praktisch denselben Stundenplan, aber alles immer, wie bei euch auch, im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer bei mir. Okay, wie hält man das so durch, wenn man immer eine Sieben-Tage-Woche hat und das auch so lang? Nee, ich habe nicht immer eine Sieben-Tage-Woche. Ich habe ein Büro, die meine Termine planen und meine Kalender einrichten. Und ich habe mal so die Ansage gemacht, dass ich alle zehn Tage einen Tag frei haben will. Und jetzt in Corona klappt das auch ganz gut. Da habe ich oft sonntags mal frei. Aber in anderen Zeiten war das schwieriger, weil man hat dann ja auch noch Parteiveranstaltungen an den Wochenenden. Die wollen dann auch wissen, was man so macht, gerade wenn man damit Geld verdient. Ja, und ansonsten muss man einfach auf sich zittert halten. Darin bin ich allerdings sehr schlecht, weil ich gar nicht gerne Sport mache. Also Sie haben ja gerade in der Vorstellung schon gesagt, dass Sie Kinder haben. Und jetzt steht hier, wie lief bei denen der Distanzunterricht, wenn sie das mitbekommen haben? Lief das gut oder eher nicht so gut? Ist irgendwie das Lernsystem abgestürzt? Ich habe das irgendwie so in den Nachrichten mitgekriegt. Und auch bei uns ist das Lernsystem an einigen Tagen manchmal komplett abgestürzt. Ich kann sagen, für meine Kinder, die eine ist im Distanzunterricht, die ist ja in Harburg an einer Logopädie-Schule. Und da klappt das sehr gut. Und die haben auch, die Lehrer und Lehrerinnen geben sich dort viel Mühe. Ich habe neulich mal so ein bisschen zugehört bei so einer Psychologie-Vorlesung. Und da wird, glaube ich, ganz gut was gemacht. Mein Sohn, der studiert Biologie. Da habe ich immer das Gefühl, weiß ich nicht, dass da nicht so viel stattfindet. Aber der findet es ganz praktisch, dass er die Vorlesungen sich jetzt streamen kann, wann er will. Also der ist mehr so eine Nachteule. Und wenn morgens um acht eine Vorlesung war, dann hat er die, glaube ich, nicht immer besucht. Und jetzt kann er sich die halt abends um elf anhören und lernen. Und das kommt ihm sehr entgegen. Also dass er so ein bisschen freier ist vom Zeitplan, weil man nicht in Präsenz das machen muss. Aber was dem total fehlt, ist, wenn du Biologie studierst und hast Praktika. Und die machst du dann am Bildschirm. Also das einzig Praktische, was ich mal erlebt habe, war, dass er bei uns im Regenwurm den Druck messen musste. Das hat er dann bei uns im Badezimmer gemacht. Aber ansonsten findet eben nicht viel, also kein Mikroskop oder so, wo man sich mal was angucken kann und so. Das ist schon anstrengend. Und meine Nichte, die studiert jetzt auch im ersten Semester, die findet das ganz schrecklich, dass man so wenig Austausch mit anderen hat, dass man eben nicht in der Pause mal sagen kann, oh, ich habe das eben nicht verstanden, kannst du mir das mal kurz erklären. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich jedes Mal dann in meine WhatsApp-Gruppe schreiben muss und sagen muss, wie war denn das, habt ihr die Formel ausgerechnet? Oder ob ich Leute um mich habe, mit denen ich das besprechen kann. Also ich höre sehr Unterschiedliches, aber ich glaube, für die meisten ist es eher belastend. Wen würden Sie lieber als Bundeskanzlerkandidat sehen, Robert Habeck oder Annalena Baerbock und warum? Eine sehr schwierige Frage. Also erstens ist es natürlich so, ich finde sie beide super. Und am besten wäre es eigentlich, man könnte sie als Team wählen, weil dann würde sie auch die Arbeitsbelastung und die Zeitbelastung auf zwei Schultern verteilen. Wenn man überlegt, wenn man das sieht bei Frau Merkel, die kann ja eigentlich gar kein Privatleben mehr haben. Ansonsten ist es so, dass wir ja bei den Grünen wirklich sehr stark uns für Frauen an der Spitze aussprechen. Und deswegen ist es schon so, dass ich das auch in diesem Falle ganz gut finden würde. Aber mit Robert Habeck bin ich seit vielen Jahren sehr gut befreundet und habe ein persönliches Verhältnis sozusagen und kenne ihn natürlich auch aus Schleswig-Holstein auch sehr gut. Und also insofern, es tut mir echt leid, das ist jetzt kein politisches Dahergerede oder weil ich mich rausreden will. Ich kann mich echt ganz schwer entscheiden. Und das ist eine ganz schöne Luxussorge. Wenn ich mir das bei anderen Parteien angucke, glaube ich, ist es, da wüsste ich gar nicht, wen ich am wenigsten gerne haben will. Und ja, ich finde es, ich glaube, Robert wird mir das verzeihen, aber am Ende wäre ich dann, auch wenn die Umfragewerte für Robert Habeck besser sind, würde ich dann doch dabei bleiben, dass ich es gut finden würde, wenn wir weiter eine Frau an der Spitze hätten. Beides werden tolle Kandidatinnen sein und ich bin selber gespannt. Ich weiß es auch noch nicht. Ja, meine Frage ist das Thema Nachhaltigkeit. Also es ist ja jetzt tatsächlich so, dass durch die Corona-Krise vieles, was wir in Sachen Nachhaltigkeit die letzten 20, 20 Jahre, was sich da positiv so langsam, aber sicher entwickelt hat, ist ja jetzt durch die Corona-Situation auch wieder deutlich schlechter geworden. Ich würde sagen, es ist beides. Es gibt natürlich Dinge, also zum Beispiel die Klimabilanz ist ja sehr gut vom letzten Jahr, alleine dadurch, dass die Flugreisen nicht stattgefunden haben, massenhaft, und die Kreuzfahrtreisen nicht stattgefunden haben. Also das heißt, es gibt natürlich schon auch positive Aspekte. Ich glaube, positiv ist auch, dass die Digitalisierung jetzt so einen Schritt vorangebracht hat, weil dadurch wird es auch auf Dauer mehr Menschen geben, die auf Dienstreisen zum Beispiel verzichten und stattdessen lieber sich in Zoom-Konferenzen treffen. Gerade die Menschen, die, was weiß ich, immer nach USA für ein Wochenende, um dort einen Geschäftstermin zu machen, das ist ja der Wahnsinn. Also ich habe das mal erlebt, ich war mal in Kalifornien, auch mit dem Ausschuss, also mit den Abgeordneten, und da wurde dann eingeladen zur Klimakonferenz in San Francisco. Und da habe ich überlegt, boah, wenn jetzt alle anfliegen zu einer Klimakonferenz dahin, das ist natürlich irgendwie auch verrückt vom CO2-Ausstoß. Also insofern, es gibt auch Positives, aber es gibt natürlich auch ganz viel Schlechtes, weil die Leute nicht mehr mit dem ÖPNV fahren, sondern mit dem Auto, weil wir jetzt diese Wegwerfmasken auch noch als Vorgabe haben und nicht mehr die Waschbahnen. Ich kann nicht mehr mit meinem Kaffeebecher zum Bäcker gehen, weil aus Hygienedründen wird jetzt wieder viel mehr mit Wegwerfartikeln umgegangen. Aber ich glaube, das ist nur kurzfristig. Also gerade diese Wegwerfgeschichten, da ist doch so viel mittlerweile bei den Menschen auch drin, dass man selbst jetzt, also wir haben hier so ein Take-away von Italiener, wo wir ab und zu was bestellen. Der hat jetzt auch so eine Verpackung, die ist zwar, also die können wir hinterher zurückgeben sozusagen und dann kriegen wir da drin dann das nächste Mal wieder geliefert. Also es gibt immer noch, glaube ich, eine große Bereitschaft, darüber nachzudenken und ich sehe das eigentlich gerade nicht als den großen Rollback. Und ich habe auch den Mut oder, oh nee, die Zuversicht, dass wir jetzt gelernt haben, wie man mit Krisen umgehen kann und wir vielleicht dann auch die zweite große Krise, die wir jetzt im Laufen, die Klimakrise, auch angeregt angehen können. Das ist zumindest mal eine Hoffnung.